Ich frage mich so, hast du erst ab diesem Moment, wo die Rapper quasi diese Themen geöffnet haben mit Pyramiden oder warst du vorher schon ein bisschen auf dem Trichter? Das wollte ich schon immer mal dich fragen. Bei den anderen Sachen wie zum Beispiel flache Erde und so, das war für mich ein Ding von zwei, drei Tagen so. Bist du immer noch der Meinung, dass die mit dieser Corona-Politik uns absichtlich ficken wollten oder bist du der Meinung, dass das nicht so war, dass viele in der Szene dir den Rücken zugekehrt haben, richtig? Guck dir die Leute, man, du guckst ihnen einmal in die Augen, du hörst einmal, die können nicht zwei Sätze gerade ausreden, du weißt genau, die haben mit Rap und dem Shit nichts zu tun. Ey, schau mal eine Frage an dich. Sagt dir der Name Yuval Harari etwas? Nee. Nee? Wer ist das? Boah. Doktor oder Professor Yuval Harari. Yuval Harari. Das ist ein Historiker aus Jerusalem. Krass. Er trifft, ja, er macht immer so Prognosen, wie die Welt in der Zukunft aussieht. Ähm, das musst du dir mal geben. Also ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil das ist ein Thema, da können wir alleine schon einen Stream drüber machen. Das musst du dir auf jeden Fall geben. Das ist kein Buch. Kannst du mit bei WhatsApp? Bei WhatsApp gibt Interviews, Leon. Yuval Harari. Okay, warte, ich schreib mir das auf, aber ich bin gerade sehr viel auch am Anfang. Nein, nein, komm, wir machen jetzt einen Deal. Komm, und wir machen es den Leuten jetzt vor. Leg dein Handy weg. Wir versuchen es ohne Handy und ohne Social Media. Merk dir den Namen. Wenn du dich wirklich dafür interessierst, erinnerst du dich später dran. Geil. Yuval Harari. Ich hab schon. Ja, Bro. Das ist zum Beispiel auch gut, was du da gerade gesagt hast. Das ist ein gutes Spiel, um deinen Mind so zu trainieren. Oder wenn wir manchmal über etwas grübeln und nachdenken, dann sagt einer, warte ich, google mal. Dann sag ich, nein. Hör auf zu googeln, wir müssen selber drauf kommen. Dann sag ich, wie jetzt, Bruder, dein Ernst? Ich sag, ja. Schalt dein scheiß Gehirn ein, Ticker. Googlen ist zu einfach. Das ist wie Cheats eingeben. Lass uns doch drauf kommen. Ist doch interessanter. Wir reden gar nicht mehr miteinander. Keiner fragt mir den anderen irgendwas. Es wird nur noch gegoogelt. Und jeder ist in seiner Bubble und denkt, er hat die Löffel mit Weisheit gefressen. Und ist ein Klugscheißer geworden. Phänomen. Das ist das Google-Phänomen, ne? Das ist schon krass, ne? Ich weiß, ich hab das gegoogelt. Das steht im Google. Das ist Hammer, Alter. Ich schätze dir. Aber auch geil, dass man halt, so wie du selber gesagt hast, hat immer zwei Seiten von der Medaille. Weißt du? Ist geil, dass man so ein Device hat, wo man halt wirklich alles nachschauen kann. Weißt du? Das kann dir auch wirklich voll die Türen öffnen. Ich hab selber dann irgendwann angefangen, mir internationale Leute reinzuziehen. Auch spirituelle zum Beispiel. So wie Saatguru oder so. Oder auch ein Eric Thomas aus Amerika. Jordan Peterson. Joe Rogan. Diese ganzen Sachen. Du kannst halt wirklich so Zugriff, du hast Zugriff auf so viele verschiedene Quellen, wo du dir Wissen aneignen kannst. Das ist für so einen wissbegierigen Dude wie mich auf jeden Fall schon was Geiles auch. Oder ich hab das Gefühl, der Mensch an sich, er wird vielleicht dorthin getrieben oder beeinflusst, in diese Richtung zu gehen. Er wird zunehmend immer mehr digital. Also er vernetzt sich nicht nur mit Fotos oder so, sondern er vernetzt sich schon neural. Also mit seinem Gehirn, mit seinen Emotionen, mit dem Internet, richtig? Emotionen. Das heißt, die Menschen vernetzen sich alleine durch WhatsApp. Bist du emotional vernetzt. Warum? Safe. Viele Beziehungen laufen teilweise nur noch über WhatsApp. Weil wenn die voreinander stehen, reden die nicht mehr miteinander und wollen nicht streiten oder sonstiges. Aber sobald der Partner zum Beispiel aus der Tür rausgeht, bing, sitzt im Auto, fährt, kriegt eine Nachricht von seiner Frau. Warum warst du gerade so komisch zu mir? Real Talk. Das kennt jeder von uns. Warum warst du gerade so komisch zu mir? Also dann geht eine Diskussion auf dem Handy los. Und WhatsApp hat ja so Smileys, diese Lachsmileys, traurige Smileys. Ich schwöre, jeder im Chat, wer das fühlt, bestätigt das. Jeder weiß, guck mal, ich schreibe schon, ich hasse im WhatsApp. Jeder weiß, jeder hat seine Emotes, wo er weiß, wenn das geschickt wird, geht's los. So. 100%. Oder es gibt keine Herzen mehr, nur noch diesen hier. So auch, wenn du mit einem Mädel schreibst und so. Da gibt's auch so Emotes, wo du in eine gewisse Richtung reinlenken kannst. Oder weiß das, was ich meine. Oder dieser Smileys, der so blöd guckt. Dieser von Seite. Ja, so. Oder der, der so macht. Kennst du den, der sich so am Kopf packt? Ja, ja. Wenn dir jemand sagen will, Junge, bist du dumm. Dann machen wir so hinter den. Also, es ist so hoch emotional geworden. Was ich euch damit sagen will, ist, unser Gehirn hat sich schon wirklich mit dem Internet oder mit dem Handy, Smartphone vernetzt. Verbunden. Verbunden zu 100%. Du kennst doch auch zum Beispiel, ich weiß nicht, schläfst du mit Flugmodus oder hast du dein Handy die ganze Nacht an? Mein Handy? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist manchmal im Auto. Ich nimm das nie mit. Okay, weil ich bin zum Beispiel auch, ich mache immer Flugmodus an, bevor ich schlafen gehe. Und dann stehst du auf. Und ich habe das letzte mit Leo auch bequatscht. Dann stehst du auf, Bruder, und du hast schon so, du merkst schon in deinem Bauch und so, wie du so ein bisschen Hemmungen davor hast, den Flugmodus auszumachen. Weil du ganz genau weißt, da könnte jetzt so eine Nachricht kommen, so eine Nachricht kommen. Du bist emotional verbunden, ja. Das sind deine Emotionen. So. Und die Scheiße kann ja auch deinen Tag irgendwie lenken. Stehst du auf, machst Flugmodus aus und kriegst 10 schlechte Nachrichten oder irgendeiner hat das oder das über dich oder keine Ahnung irgendwie so. Bist du auf einmal mies drauf. Eine Nachricht kann den ganzen Tag kaputt machen. So. Eine falsche E-Mail oder eine Nachricht, die hoch emotional ist, du liest sie, danach siehst du, du läufst weiß an. Du bist so down. Alle sagen, was ist los mit dir? Und zum Beispiel irgendeine banale Kacke, Alter. Deine Freundin sagt irgendwie, ich mache Schluss oder so. Und also wir sind hochgradig emotional verbunden mit diesen Netzen. Und dann ist es auch nicht mehr weit weg, dass wir uns dann dieser Sache komplett hingeben. Weil dort, wo du emotional bist, dort bist du auch am schwächsten. Ja. Und du hast deine Liebe in deinem Handy, also deine Frau oder deine Freunde. Das heißt, dein Herz steckt da mit drin. Du hast teilweise dein Geschäft dort drin. Du hast eine Gruppe, wo deine Mitschüler oder dein Arbeitsteam oder Kommilitonen von der Uni drin sind. Das heißt, dein ganzes Leben, deine Fotos, deine Videos, deine Erinnerungen, die gibst du von deinem Gehirn ab. Und legst die quasi nur noch hier rein. Und die sind dann, dann denkst du dir, geil, ich habe dann Platz in meinem Kopf für neuen Quatsch. Ja, für was hast du Platz? Für neuen Mist, der da reingebläut wird. Und das ist, Bruder, ein Phänomen. Das heißt, dieser Yuval Harari erklärt wirklich ein Szenario, Bro. Du kriegst Gänsehaut, wenn er das sagt, weil es zu viele Parallelen zu der jetzigen Zeit gibt. Und du denkst dir so, oh mein Gott, es geht wirklich in diese Richtung. Ich will das Ding nicht spoilern. Ich will, dass du dir das vielleicht in einem Stream mit deinen Leuten anguckst. Es ist ein sehr geiles Ding. Es ist auch geiler Content. Die werden es auf jeden Fall feiern. Und ich beobachte... Ich glaube sogar, mir wurde letztens ein Video angezeigt, was in so eine Richtung reingeht. Mal gucken, ob das der war, Digga. Bin ich mal gespannt. Ja, Mann, das ist wirklich wild, Alter. Das ist sehr, sehr wild. Und du befasstst dich ja auch sehr viel mit solchen... Ey, ich habe mal eine Frage. Das ist mir schon die ganze Zeit immer im Kopf geblieben. Als wir unser Interview hatten damals. Du hast ja dein Komm ins Café, wir müssen reden. Hast du ja vor mir voll viele Rapper schon eingeladen gehabt. Du hast ein Kolle, ein Flair, glaube ich. Nee, Kolle war nach dir, glaube ich, oder? Glaube ich. Du hast ihn öfter, glaube ich, vor mir, nach mir zwischendurch irgendwie... Ich glaube, du warst irgendwie Nummer... Du warst auch schon in den ersten... Ich glaube, du warst in den ersten zehn mit dabei, auf jeden Fall. Ja, das kann sein, Alter. Und ich frage mich so, hast du erst ab diesem Moment, wo die Rapper quasi diese Themen geöffnet haben mit Pyramiden, mit... Weißt du, was ich meine? Diese systemkritischen Sachen. Oder warst du vorher schon ein bisschen auf dem Trichter? Das wollte ich schon immer mal dich fragen, Alter. So, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir halt eine Dokumentation früher reingezogen, Zeitgeist. Weißt du nicht, ob du die kennst? Natürlich. Die habe ich mir reingezogen, da war ich jung. Da war ich, da haben wir noch in Weinheim gewohnt, da war ich irgendwie so 15, 16 oder so. Die habe ich mir reingezogen. Da, wo ich zum ersten Mal... Hast du ernst genommen? Ja, voll. Hundertprozentig. Voll. Zu 100 Prozent. Ich habe mir das reingezogen und habe das voll gefühlt, so voll ernst genommen und bin voll drauf hängen geblieben. Ein paar Monate später habe ich mir dann bei NTV, gab es so eine lange Dokumentation, wie die alle Dinge, die bei Zeitgeist gesagt wurden, widerlegt haben quasi. Und als ich mir die Dokumentation reingezogen habe, war ich wieder raus aus diesen Themen. Da war ich so echt, da war ich so neutral. Ich muss ehrlich sagen, mein Bruder aber war noch viel deeper in diesen ganzen Themen drin und hat sich öfter damit beschäftigt und hat öfter sich da Dinge reingezogen und so. So, dass man immer mal wieder mit Sachen konfrontiert wurde, aber ich war immer so ein Realist, Bruder. Ich fand Mathe zum Beispiel damals geil und so. Ich war auch ein Atheist früher und so. Ich habe einfach nur logisch immer die Dinge geglaubt, die ich wirklich auch so ausrechnen kann und so. Weißt du, wo ich wirklich sagen kann, okay, das kann ich jetzt glauben. Und ich habe aber schon bei dem ersten Talk, den wir gemacht haben mit Flair, der erste Talk, den ich gemacht habe, da habe ich auf meiner Liste, ich habe mir eine kleine Notiz gemacht und so. Da habe ich als letzten Punkt, habe ich mir so überlegt, ey, was kann ich noch fragen eigentlich? Dann habe ich, ich weiß nicht, ich habe an meinen Bruder gedacht. Da haben Sie einfach so in den Kopf von früher irgendwas. Ich habe an meinen Bruder gedacht, Bruder. Ich habe an meinen Bruder gedacht, so, okay, der redet oft über solche Sachen. Das könnte vielleicht voll interessant sein, so, wenn ich die Rapper damit konfrontieren würde, so. Habe ich einfach Verschwörungstheorien als letzten Punkt aufgeschrieben, so. Und dann habe ich das halt mit Flair angesprochen, so. Dann hat er so ein bisschen erzählt und dies, das, bla. Und diese Talks mit euch, so, haben auf jeden Fall für mich dann, dass ich mich dann mal wieder ein bisschen mehr mit diesen Sachen beschäftigt habe. Dass ich mich wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, so. Dass ich mir dann gedacht habe, okay, krass, der erzählt so und so und so. Ich gehe mal nach Hause und ich ziehe mir das rein, so. Weißt du, was der da meint, so. So war das eigentlich und ich fand das halt auch entertainend. Für mich ist so, ich lerne halt auch voll gerne und mag das, wenn Leute Dinge erzählen, die nicht jeder schon vorher mir erzählt hat, so. Weißt du? Natürlich, Bruder. Bei dir war ich an dem Punkt, wo ich mit dir den Talk gemacht habe, so, da habe ich richtig, du ja auch, Bruder, da haben wir richtig Bock gehabt. Weißt du, was ich meine? So, dass wir gesagt haben, so, geil, Alter. Endlich können wir mal so vor der Kamera reden, als ob wir gar keine Kamera anhaben. Und einfach so wie zwei Brüder in der Shisha-Bar auf Snack-Basis mal ein paar Sachen hin und her schmeißen, so. Die berühmten Shisha-Bar-Talks. Und ich schwöre dir halt, was ich halt so faszinierend finde oder wo ich auch sage, finde ich nicht korrekt, Digga, wenn Leute da so krass drauf rumhacken, weil, ey, Bro, Mann. Digga, ich weiß noch ganz genau, ich habe auch mit anderen Leuten aus der Szene über die gleichen Sachen geredet, über die wir jetzt zum Beispiel in dem Talk geredet haben, so, ne. Und wir waren alle mal dann so ein, zwei Wochen sind wir ein bisschen auf dem Film hängen geblieben, haben uns Videos hin und her geschickt. Der eine war ein bisschen mehr überzeugt davon, der andere ein bisschen weniger überzeugt davon. Aber es hat einfach brutal Spaß gemacht, sich kurz mal für eine Zeit lang damit auseinanderzusetzen, so, weißt du. Und ich finde das so heftig, dass man das dann so nimmt und jemanden versucht zu diffamieren auf dieser Basis. Aber zu der Zeit, wo du das gemacht hast, hast du das, weil du sagtest, du hast einmal Zeitgeist geguckt, dann hast du ein Video geguckt, wo die das entkräftigt haben. Und dann hast du die Talks mit den Rappern gemacht und hast dich dann wieder damit beschäftigt. Hast du das ab dem Zeitpunkt dann ein bisschen ernster wieder genommen oder war das so neutral, auf neutrale Basis? Das war so auf, ich bin so, ich bin, ich habe so dieses Kind in mir, was so krass wissbegierig ist und gerne irgendwie sich mit Dingen beschäftigt, die so ein bisschen outside the box auch sind, weißt du. Das macht mir irgendwie extrem Spaß, so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das 100% geglaubt habe oder 100% davon überzeugt war, aber es hat mich zumindest so weit gecatcht, dass ich gesagt habe, ich ziehe mir nochmal zwei, drei Videos zu dem Thema an, so. Ich gucke mir nochmal zwei, drei Videos zu dem Thema rein, weißt du. Hat dich irgendwas gecatcht von diesen Videos? Was mich am meisten gecatcht hat und das ist auch nicht weggegangen, doch, das ist kurze Zeit weggegangen, aber ist wiedergekommen, war 9-11 als erstes, so. Das hat mich schon wirklich gecatcht, so. Weil ich als Junge damals, wo das passiert ist, da war ich zwölf oder elf, ich habe geweint auch und so, weißt du. Dadurch, dass ich halt auch halb Amerikaner bin, so. Ja, ich wollte gerade sagen. Und wir damit auch groß geworden sind, so. Meine Mutter hat immer geschaut, dass wir auch mit der Kultur ein bisschen groß werden und so. Waren viele in den Ami-Kasernen und so. Ich habe also eine Verbindung. Und deswegen hast du dich auch damit eher ernster auseinandergesetzt, als jetzt, sage ich mal, so ein Spaßthema wie Reptoloiden oder flache Erde oder so. Das ist halt nicht so greifbar wie diese Sache, weil die ja wirklich nicht passiert ist und so. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ne, zu Ereignissen, die wirklich stattgefunden haben, als zu Sachen, die, sage ich mal, irgendwo auch Fantasie sind. Fiktiv. Oder rumphilosophieren. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein, ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber was ich mich fragen will, weil. Auch nach dem Talk mit dir habe ich mich dann auch noch zwei, drei Tage mit Sachen beschäftigt, die du da in dem Talk gesagt hast. So, weißt du, was ich meine so? Einfach, um mir das reinzuziehen. Und habe auch mit Kollegen, haben wir darüber geredet und es war Entertainment, Bro. So, jetzt ist nämlich das Ding, wie ist der Stand heute? Weil ich habe ja gemerkt, okay, du ballerst jetzt nicht so krasse Theorien raus, wie ich sie damals gemacht habe mit Erde, Erde, Aliens, Medien, sondern du bist eher so auf diese politische Ebene gegangen. Hast ja dann auch diese Videos gemacht, wo du gesagt hast, ey, zu Beginn der Pandemie, wofür du ja auch deine Hate kassiert hast und so weiter und so fort. Wo du dann auf einmal, warst du nur noch auf, sag ich mal, politischer Ebene und hattest eigentlich vor, die Leute vor irgendwas zu warnen, auf welche Art auch immer, ist ja jetzt völlig egal. Ich frage mich, hat sich bis heute was dran geändert oder bist du immer noch genau so, wie du damals warst, also zu der Zeit? Wie genau? Deine Überzeugungen jetzt, sag ich mal. Du meinst jetzt von dem, wo wir unser Kompens Café Talk gemacht haben, bis heute quasi, oder was? Genau, also eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo du überzeugt warst von gewissen Sachen, die vielleicht crazy sind, zum Beispiel 9-11 und so weiter und so fort, bis heute. Was ist für dich real geblieben und was ist für dich Fiktion? Weißt du, was ich meine? Also, ja, 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 wie gesagt, Mann, das einzige Thema, was ich halt wirklich so für mich auch, wo ich sage, ich bin überzeugt davon, dass da mehr abgeht als das, was die Medien uns gesagt haben, ist halt 9-11, Bruder. Bei den anderen Sachen, wie zum Beispiel flache Erde und so, das war für mich ein Ding von 2-3 Tagen, so, weißt du? Wo ich gesagt habe, nein, wirklich, wo ich gesagt habe, so, ey, Dicker, krass, so, hab mit meinem besten Freund 2-3 Videos hin und her geschickt und dann irgendwie gemerkt, so, ja, nee, irgendwie catcht mich das nicht so richtig, weißt du? Weil das keine richtige Substanz hat, Bro, weil das nicht greifbar ist. Hat keine Substanz gehabt, genau, ja, genau. Da war ich nie so, dass mich das so gecatcht hat, weißt du? Aber es gibt ja Sachen passiert, die ja greifbar sind. Genau, genau. Und zwischenzeitlich ist halt eigentlich nicht viel passiert in die Richtung. Ich habe mir nicht viel neue Sachen reingezogen oder irgendwie gedacht, ey, das muss ich nochmal recherchieren oder hier muss ich nochmal und so. Nein, Dicker, eigentlich erst dann, wo dieses ganze Corona-Thema hochgekommen ist, so, weißt du? Genau, diese Büchse möchte ich jetzt aufmachen. Ich habe die selber schon aufgemacht. Ich habe die selber schon im Stream aufgemacht. Ja, mach auf, Bro, das ist cool. Das ist cool von meiner Seite. Ich will jetzt gar nicht jetzt hier auf Krampf irgendwelche Themen, die brisant sind, aufmachen. Bro, mach, Dicker, ich habe keine Angst mehr. Ich schaue es dir. Nein, das ist gut. Es ist sowieso jetzt ein ganz anderer Wind, der weht. Deswegen kann man jetzt so ein bisschen aus der Deckung rauskommen. Und mit erhobenen Haupt, sage ich mal, ein bisschen besser dastehen. Das habe ich letztens auch gemacht. Und meine Frage ist es an dich. Hat sich was an deiner Meinung diesbezüglich geändert von Anbeginn der Sache bis jetzt? Oder bist du immer noch genau derselben Meinung? Guck mal, ich muss das mal ein bisschen so leicht aufrollen, Dicker. Warum ich das gemacht habe. Und das ist eine Sache, wo viele Leute jetzt sagen werden, ach, Bruder, ich habe das nicht auf Fakt. Nein, ich rede gar nicht von deinem Video, Bro. Ich rede gar nicht von deinem Video. Ich rede von deiner Überzeugung. Ob das, ob du, sage ich mal, es geht nicht um die Freiheit. Guck mal, ich, genau, okay, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Oder komm, lass mich dir einfach eine Frage stellen, dann ist es vielleicht einfacher. Ja, sag mal. Bist du immer noch, bist du immer noch der Meinung, dass die mit dieser Corona-Politik uns absichtlich ficken wollten? Oder bist du der Meinung, dass das nicht so war? Doch, safe. Bin ich immer noch der gleichen Meinung. 100 Prozent. 100 Prozent. Und was gibt dir aber die 100-prozentige Gewissheit, dass es so ist? Weil es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, Bro. Genau, das ist es. Die Zeit hat mir die Gewissheit gegeben. Sachen sind rausgekommen. Die Zeit hat mir die Gewissheit gegeben. Das war stark, dass du da in den Worten stichst. Aber Sachen sind rausgekommen und so weiter und so fort. Aber was war so das Entscheidende, wo du gesagt hast, das habe ich euch doch gesagt. Weil es gibt ja immer so einen Knackpunkt. Ja, aber so, denk, so, das sagen viele. Mach doch mal ein Video, wo du sagst, hey, habe ich euch doch alles schon vorher gesagt und so. Aber so ist gar nicht, ich meine, so ist gar nicht, ist gar nicht dieser Film so von mir auch persönlich. Ich bin gar nicht so ein Mensch, der jetzt da drauf rumhacken will. So, ey, guck mal, der hat mich gecancelt, der hat das über mich gesagt, der hat mich so shitstormt, die haben mich gecancelt. Guck mal, ihr Wichser, ich habe eigentlich recht gehabt und so. So bin ich gar nicht vom Typ, auch vom Mensch her, so, weißt du? Was mir einfach gezeigt hat, ich habe das von Anfang an gefühlt, Bruder. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass das Thema genutzt wird, um uns Menschen so fügbarer zu machen, weißt du? Um irgendwie so, das, Bro, das ist halt schwer für mich in Worte zu fassen, aber ich habe einfach dieses Gefühl gehabt, dass das jetzt genommen wird, um uns noch mehr einzuschränken, um zu schauen, wie weit können wir mit den Menschen gehen, wie weit können wir die einschränken, wie lange ziehen die den Maulkorb an, wie lange ziehen die auch jetzt immer noch im Zug den Maulkorb an, obwohl draußen nicht mal irgendwo an irgendeiner Stelle diese Maske gefordert ist, so. Das war für mich ein Riesenspiel, Bro. Wenn du jetzt zum Beispiel auch siehst, dass 10 Millionen Menschen gleichzeitig krank sind, Leute teilweise über zwei Monate krank sind, keine Maßnahmen mehr herrschen, keine Masken mehr getragen werden müssen, warum ist das so? Warum ist die Sterberate jetzt höher als die in den letzten zwei Jahren, wo wir Corona hatten und kein Mensch redet darüber? Keine Medien berichten das und es ist nicht mehr schlimm, so. Warum ist das so? Weißt du, diese Sachen haben mir auch gezeigt, so, Bro, okay, dein Gefühl, was du damals hattest, war richtig. Du hast was gefühlt, was echt war, so. Du hast das Gefühl gehabt, es passiert hier gerade was, was den Menschen nicht gut tut, was uns Menschen nicht gut tut. Und du hast geredet, du hast dein Gefühl geäußert, hast dafür viel kassiert, aber am Ende stehe ich heute noch genauso hinter den Sachen, also hinter diesem Fakt, warum ich das gemacht habe, so, weißt du. So, ich stehe da halt 100 Prozent hinter, weil ich auch, ich bin überzeugt davon, auch wenn ich das Video zum Beispiel nicht gemacht hätte, dieses eine Video, dieses bekannte Video, dieses Treppenhaus Video, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich es einen Monat später im Video gemacht, weißt du. Also, ich bin, ich hätte, ich hätte, ich hätte das nicht durchgehalten. Ich hätte dagegen was sagen müssen, weil es einfach für mich offensichtlich war, so. Und da aber das... Nach dieser ganzen, nach dieser ganzen Debatte und nach alles, was über dich hereingebrochen ist, was auch nicht, du hast gerade von Canceln geredet, ich habe ja auch mitbekommen, dass viele in der Szene dir den Rücken zugekehrt haben, richtig? Mhm. Nicht mehr mit dir zu tun haben wollten, keine Ahnung, wie auch immer, vielleicht auch schlecht über dich geredet haben. Ja. Hat man ja alles so am Rande mitbekommen, du hattest mit denen und denen ein bisschen Beef. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, ich will jetzt nicht alte Kamellen öffnen, aber wie stehst du heute dazu? Zu den Leuten, die dich, sag ich mal, ja, aufgrund deiner Dings so ein bisschen... Mich hat das halt so im Herzen ein bisschen getroffen, weißt du, was ich meine so? Das hat mich so traurig gemacht, Bro. Weil ich war wirklich, ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, so, ich habe den Scheiß mit Liebe gemacht, so, weißt du, wirklich mit Liebe, mir ging es nicht so krass um, weiß ich nicht, jetzt unbedingt hier, so, ich wollte, das war nicht so getrieben von Opportunismus oder ich nutze diese Sachen aus oder ich nutze Menschen aus. Ich habe wirklich Liebe für die Sache gehabt, für Hip-Hop gehabt, für Deutschrap gehabt und habe gedacht, so, geil, die Jungs, die ich mir früher angehört habe, so, mit denen kann ich jetzt sitzen und mich unterhalten und ich habe wirklich gedacht, dass das so auf Gegenseitigkeit beruht, so, weißt du? So, dass die sich auch... Also kannst du heute sagen, du warst naiv, der Sache gegenüber damals? Ja, zu, ein bisschen zu naiv auf jeden Fall. Ich bin halt so ein bisschen zu, mit zu krass offenen Armen. Ich habe nicht so gedacht, so, okay, der setzt mich, die setzen sich jetzt nur mit mir hin, weil ich gerade Hype habe, so, weil ich gerade Reichweite habe und weil mein Format gerade das krasseste Format ist, so, die müssen hierher kommen und sich da hinsetzen, so. Ich habe gedacht, dass die auch irgendwie Liebe für mich haben, dass die sich gedacht haben, so, geil, Alter, der Typ ist irgendwie anders als die anderen Interviewer, so, ich setze mich mit dem hin, weil es ein guter Typ ist, so. Aber wenn das so gewesen wäre, dann hätten die mich halt auch nicht so schnell abgesägt, weißt du? Auf der anderen Seite, Bro, es stecken halt auch immer viele Manager dahinter, viele Labels dahinter und so. Ich will das gar nicht an einzelnen Personen irgendwie blamen oder so, weißt du? Weil ich auch mir sicher bin, dass viele von denen mich auch nicht mögen, so, sondern einfach halt an ihre Karriere denken, an ihr Vorankommen denken, an die Playlisten denken und so und dann sagen, ja, wenn der Bruder jetzt abgesägt wird, das ist jetzt nicht mein Bier, so, scheiß drauf, weißt du? So, wo ich halt ein bisschen gedacht hatte, dass da schon so ein bisschen Liebe entstanden ist in der Szene, so, Zusammenhalt und so, dass man sagt, so, ey, nee, bleib mal ein bisschen cool, so. Der war ein guter Junge, der hat ein paar coole Sachen für uns getan, so. Hat sich irgendjemand für dich stark gemacht in dieser Zeit? Ja. Safe. Darf ich fragen, wer? Manuelsen, Flair, PA, weiß ich nicht, ob das öffentlich war, aber privat auf jeden Fall. Ich glaube, auch ein Sugar MMFK hat öffentlich was gepostet gehabt, glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Aber es gab auf jeden Fall so ein paar Leute, die so, Manuelsen, weiß ich noch, hat eine Story gemacht, so, ey, bleib mal ein bisschen cool und so, der wollte uns nichts Böses, weißt du? Also, der hat sich auch danach noch mit mir hingesetzt und hat einen Talk mit mir gemacht, so, weißt du? PA und, äh, Flair und Manuelsen waren die einzigen beiden erst mal, die sich wirklich in Anführungszeichen kurz danach noch mit mir hingesetzt haben und gesagt haben, so. Aber ist das, ist das denn nicht schon das, was du meintest, dass du ein bisschen Liebe innerhalb der Szene bekommst? Ja. Weil diese Leute sind ja gestandene Leute in der Szene, weil das ist ja das, was du meintest, weil du hast gesagt, das hat dir gefehlt. Nein, mir hat, nee, nee, nee. Oder hast du gedacht, dass alle sich auf deine Seite stellen von der Szene oder wie? Nein, damit habe ich auch gerne, ich habe mir darüber eigentlich gar keine Gedanken gemacht, wo ich das Thema angesprochen habe, wenn ich ehrlich bin, Bro, weil das ist ja nichts, wo du darüber nachdenkst, so, okay, ich mache jetzt das Video, dann haue ich das raus und dann erwarte ich von denen und den Leuten, dass die sich hinter mich stellen, so, weißt du? War gar nicht. Als es passiert ist, als du gemerkt hast, oh, das geht vielleicht nach hinten los, dann sagst du ja gerade, du hast erwartet, dass innerhalb der Szene so ein bisschen Zusammenhalt herrscht. Nein, habe ich nicht erwartet. Ich war nur, ich habe nur gesagt, dass mich das ein bisschen verletzt hat, als ich gesehen habe, am nächsten Tag alle großen Hip-Hop-Medien, Backspin, Hip-Hop.de, Rap.de, etc. pp. haben negative Berichte über mich rausgehauen, die richtig ekelhaft waren, womit tot gespielt wurde und so und ich habe blauer Haken in meinen Kommentaren gesehen, wo ich beleidigt wurde von gewissen Künstlern, wo ich keine Namen sage jetzt an der Stelle, weil ich nicht so ein Typ bin. Und halt einfach auch Nachrichten bekommen von Leuten, wo man schon ausgemacht hatte, dass man was miteinander macht, wo dann gesagt wurde, ey, mit dir kann ich nichts mehr machen und so, du bist weg vom Fenster, du bist nicht mehr da. Also du warst zu enttäuscht, enttäuscht von der Szene? Ja, so ein bisschen so, nicht enttäuscht von der ganzen Szene, Bruder, nicht von der ganzen Szene, aber. Aber du sagst ja, also du hattest ja eine gewisse Erwartungshaltung an der Szene, sonst hätte sich das ja niemals verletzt. Nicht an der Szene, ich glaube, das waren einzelne Menschen eher so, wo ich gemerkt habe, also die Hip-Hop-Medien auf jeden Fall, die ganze Medienlandschaft in der Hip-Hop-Welt, von denen wurde ich auf jeden Fall gefickt so und von denen war ich auch enttäuscht, weil ich das so nicht erwartet hatte so, ne? Das auf jeden Fall. Aber von den Künstlern, von den einzelnen Künstlern an sich, bin ich nicht enttäuscht oder so einen Scheiß. Sondern schockiert, geschockt. So ein bisschen geschockt, genau. Dass ich halt mit Leuten, mit denen ich jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber ein paar Mal die Woche geschrieben habe, so, denen schreibe dann und die mir dann sagen, ey, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Obwohl ich denen persönlich nie irgendwas getan habe oder irgendwie so, weißt du? Sondern einfach nur, weil ich eine Meinung geäußert habe, so ey, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. So, die antworten wir auch nicht mehr. Leute, mit denen ich tight war, die mir versprochen haben, mir einen ersten Talk bei mir zu machen und so, die antworten einfach nicht mehr. Entfolgen mir, schreiben mir nicht mehr zurück und so. Das waren so Sachen, wo ich einfach dann so ein bisschen halt im Herzen so... Aber was hast du denn gedacht, Bro? Was hast du denn gedacht? Gar nichts. Ja, das ist das. Das ist halt das Showbusiness, ne? Aber verstehst du deren Haltung? Ja. Oder verurteilst du das nach wie vor? Nein, nein. Ich habe das auch nie richtig verurteilt, weil ich verstehe den Gedanken dahinter, so. Aber ich, ich... Ja, ja. Ich verstehe den Gedanken dahinter und ich weiß, dass die ihre Karriere schützen wollen und so, aber ich habe halt auch immer das Gefühl gehabt, so, dass wenn jetzt einer von den Jungs, die jetzt zum Beispiel nichts mehr mit mir zu tun haben wollten, sich mit mir hingesetzt hätte, dass es auch nicht negativ für die gewesen wäre, so. Diese überkrasse Vorsicht finde ich ein bisschen zu extrem in Deutschland, so, weißt du? Leute, die Rap machen, die Hip-Hop machen, so, dass die so extrem... Und ich bin in der Hinsicht enttäuscht, ich bin enttäuscht, aber nicht wegen mir persönlich, sondern wegen dieser ganzen Geschichte. Dass wirklich 90% der Künstler sich hingestellt haben und den Leuten gesagt haben, dass sie sich impfen lassen sollen, Masken tragen sollen, zu Hause bleiben sollen. Und da habe ich ein bisschen gedacht, so, okay, krass, Alter, die spielen voll mit, das Game, so. Findest du das falsch, dass sie das gemacht haben? Nee, ich finde es nur krass, Digga, das war für mich so, zu beobachten war für mich so, okay, krass, Digga, dass wirklich 90, 95% Leute, wo ich sogar weiß teilweise, dass die hinter der Kamera eine andere Meinung haben, pushen das mit, so, weißt du? Pushen das einfach mit, um auf der sich ihrer Seite zu kommen. All about the Benjamins, baby. Benjamins, bro. Aber das ist für mich auch nicht Rap, Digga, weißt du, was ich meine, so? Ein bisschen gehört für mich bei Rap immer noch dazu, dass man auch ein bisschen so nicht Angst davor hat, mal anzustoßen, auch was politische Ansichten angeht oder mal einfach so drauf zu scheißen, Digga, so, weißt du, was ich meine, so? Und das zu sagen, was man denkt, ohne Rücksicht auf Verluste, so, das hat für mich auch immer so ein bisschen Rap ausgemacht, deswegen feiere ich Leute wie Kianosch, Kollegah, weißt du, was ich meine? Vergiss mal nicht, dass du hier in Deutschland bist, wir sind nicht in Amerika, Bro, wo alles, also Realness über fast allem, gerade in den 90ern und Anfang 2000er, aber wir leben halt in Deutschland und hier ist Rap halt nicht das, was du für Rap fühlst. Hier ist Rap für die Leute, die, sag ich mal, oben sind, ist es einfach nur Mittel zum Zweck. Das interessiert die gar nicht. Ob das jetzt Real Talk oder echt ist, das interessiert die doch gar nicht. Ich glaube, das ist auch mein Problem ein bisschen, weil ich so international geprägt bin. Und ja, das ist halt das, aber das, was ich halt, was mich nur ein bisschen so schockiert, ist, dass du das so selber nicht vorher gesehen hast, weil guck dir die Leute mal an, du guckst ihnen einmal in die Augen, du hörst einmal, die können nicht zwei Sätze geradeaus reden, du weißt genau, die haben mit Rap und mit dem Shit nichts zu tun. So, die verkleiden sich quasi wie Karneval, so mäßig, kommen dann auf einmal als Hip-Hopper raus und sagen, yo, yo, white check, my check. Ja, ich war naiv, naiv wahrscheinlich. Ja, was mich verwundert, ist, dass du, wie du es schon gesagt hast, Bruder, kannst du dich von sowas verletzen lassen, Bro. Ja, Bruder, das war jetzt auch ein Schwamm drüber. Sollen die ihre Kostüme anziehen und Karneval spielen? Denn ich sage immer so, jemand, der wirklich authentisch ist, erkennt jemand anderes, der auch authentisch ist. Aber leider geht es in diesem Land oder gerade im Showbusiness nicht darum, authentisch zu sein. Darum geht es nicht. Und darum ging es leider nie. Sobald das große Showbusiness anfängt, geht es niemals, es geht um genau das Gegenteil von authentisch. Es geht darum, dass du wie Knete bist. Dass man dich formen kann und biegen kann, wie man will, damit du weiter funktionierst. Das ist Showbusiness. Und darauf muss man sich einlassen. So, dann kannst du auch mitschwimmen und mitmachen und so weiter und so fort. Und Leute, die sich nicht verbiegen lassen, denen geht es immer an den Kragen. Den geht es immer an den Kragen, Bro. Man kann natürlich den Medien immer nachplappern. Ja, ja. Wahrscheinlich so, wie du gesagt hast, Bruder, dass ich halt sehr naiv auch war. Weißt du, dass ich halt da so gar nicht richtig... Ich war einfach naiv, Bruder. Bin zu sehr positiv in die Szene reingekommen. Hab gedacht, ey, alles ist hier cool. Alles ist nice und so. Ich freue mich happy und so. Alles ist cool. Jeder ist real, auch zu mir persönlich und so. Weißt du, ich war einfach vielleicht naiv, Digga. Hab in so einer Traumwelt gelebt und gedacht, ey, alles ist schön und gut so. Hab mir halt einen krassen Aufwachmoment verpasst. Und dieses... Mich müsstest du eigentlich am meisten hassen. Wie kann man davon enttäuscht sein, Bruder? Wenn du so sagst, wie kann man davon enttäuscht sein, ist so... Du hast es vielleicht auch nicht richtig mitbekommen, wie das bei mir war. Aber das kam ja nicht nur von der Szene, weißt du. Es kam ja auch vom absoluten Mainstream. Von allen YouTubern. Von meiner Szene, in der ich eigentlich vorher war. Und vor allen Dingen auch von allen Sponsoren, mit denen ich vorher gearbeitet habe. Alles geht auf einmal den Bach runter. Deine Karriere ist auf einmal weg. So ausgelöscht. Von nix. Von null auf hundert. Natürlich ist man da ein bisschen enttäuscht. Natürlich kann man das auch vielleicht nicht richtig zuordnen dann so. Eine Frage. Von wem ist man gerade enttäuscht? Ich komme über die Schweingrätsche, ne? Weil du sagst ja, die Rapper und so die Szene und so warst ein bisschen enttäuscht. Wie sieht es denn aus mit deiner Community zu der Zeit? Weil ich sage immer, die Community ist das Standbein von allem. Und es entscheidet sich immer erst dann, wenn du in den Schatten gehst. Vom Rampenlicht in den Schatten. Und der, der mit dir kommt. In den Schatten sogar. Das ist deine Community. Ich freue mich, es ist schon weiter getrennt, Bruder, auf jeden Fall. Hat dich das nicht am meisten enttäuscht? Dass du gesehen hast, ey, meine Community ist vielleicht doch nicht so, wie ich gedacht habe. Oder wie ist das abgelaufen? Naja, das Ding ist halt. Den musst du jetzt nicht, wenn das zu nahe geht, Bruder. Nee, nee, aber wenn du so ein Ding auspackst, Bruder, dann musst du dir vorstellen, kriegst du halt wirklich. Ich habe irgendwie eine Million Profilaufrufe gehabt bei Instagram. Hunderte, tausende Nachrichten bekommen, so, weißt du. Und Kommentare natürlich auch. Du liest dir nicht alles durch, Bro. Wenn du merkst, okay, da sind Sachen, die bedrohen dich. Deine Mutter, bla, 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 reden scheiße über dich. Irgendwann schaltest du das aus, so, ne? Aber ich habe halt auch einen krassen Zusammenhalt gespürt. Ich habe auch eine krasse Liebe bekommen von Leuten, so. Auch von neuen Leuten, weißt du, wie ich meine, so. Und die Leute, die aus meiner Community vorher noch am Start immer noch sind, bis heute, so. Genau, die meine ich. Die sind halt da, Bruder, und die sind halt, die kennen mich besser als vorher, so, weißt du. Die kennen mich besser als vorher, weil ich halt seit dem Ding auch, glaube ich, mich als Mensch ein bisschen verändert habe. Vorher war ich mehr so dieser Entertainment, auch dieser Typ, der so mehr mitgespielt hat, weißt du. Und nicht unbedingt immer alle Facetten von sich gezeigt hat, sondern mehr die, die ankommen. Und mehr die, die funktionieren und wo man mehr Klicks macht und diese ganzen Sachen, so, weißt du. Und durch diesen ganzen Shitstorm und durch das, was danach mit mir passiert ist auch so und wie ich mich gewandelt habe als Mensch, glaube ich, dass die Leute, die mich immer noch verfolgen, einen viel deeperen Zugang zu mir gefunden haben, mich viel echter kennengelernt haben als Mensch, so, weißt du. Und ich glaube, da hat sich halt eine Kette. Das war definitiv weniger als vorher, ne, viel weniger als vorher. Safe, safe, safe. 100 Pro. Das macht sich ja bemerkbar, wir können ja Real Talk reden, ich kann über meine Sachen auch genauso reden. Das macht sich ja bemerkbar auch in den Videos, in den Klickzahlen und so weiter und so fort, ne. Oder auf den Likes, auf den Fotos. Das macht sich halt überall bemerkbar, dass sich die Leute, die immer mit dir gegangen sind angeblich, auf einmal von dir, ja, trennen, weil es doch nicht mehr so cool ist, den Leon zu folgen, so, weißt du, aufgrund dieser Sachen. Ich glaube, mich persönlich hätte das am meisten getriggert. Ja, ich habe halt auch, musste für mich auch realisieren, dass viele Leute mir einfach nur gefolgt haben, weil ich mit euch cool war. Weil ich mit einer Manuelsen cool war, weil ich mit einem Flair ein paar Talks gemacht habe und so. Die haben mir nicht gefolgt, weil die mich gefeiert haben, sondern einfach, weil ich in der Szene stattgefunden habe. Und da einfach auch ein Teil davon war und cool war, mich zu feiern, so. Deswegen haben die Leute mich auch gefeiert. Das hat mich eigentlich gar nicht so krass enttäuscht. Ich bin halt so ein Real-Life-Dude, weißt du. Ich bin so einer der Leute, mit denen ich wirklich so eine Verbindung hatte oder wo man sich mal in die Augen geguckt hat und wo man menschlich miteinander stattgefunden hat, so. Von Leuten so gecancelt zu werden, die einen eigentlich kennen als Mensch, so. Das hat mich eigentlich mehr verletzt, weißt du. Dass ich jetzt ein bisschen weniger Zahlen habe und so, ist halt auch, weil ich dann auch, ich habe halt auch einen krassen Bann dann gehabt, weißt du, du kennst ja diese Shadow-Bands, Bro. Das ist ja nicht offensichtlich so, du wirst nicht direkt gebannt oder gelöscht. Dein Kanal wird nicht gelöscht, aber du wirst halt niemandem mehr angezeigt, weißt du, was ich meine so. Ja, ja, ich kenne das gut. Ich lebe damit schon seit drei Jahren ungefähr. So. Da muss man... Ja, was ich dich... Ja, ich muss ganz kurz pissen, Bruder. Geht das? Ja, klar. Hau rein. Eine Sekunde, Fellas. Ich bin gleich wieder back. Ja, klar. So, Bruder. Ich habe gerade auch meinen Chat gefragt, ob die ein paar Fragen auf Lager haben. Ich habe auch ein paar Fragen gesammelt, Bruderherz, auf Instagram schon vorhin. Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe extra auf Instagram nicht gesagt, mit wem wir einen Talk gehen, damit das so eine Überraschung wird, weißt du, was ich meine? Okay, okay, okay. Ich wollte so wie Feature mit Fragezeichen, damit die alle gucken, weißt du, so ein bisschen diese... Diese Marketing-Filme. Marketing-Filme, absolut. Bruderherz, eine Sache wollte ich noch sagen zu dem ganzen Thema, was wir gerade besprochen haben, so. Also, weil ich das vielleicht dann auch wieder ein bisschen so angehört habe, als ob ich irgendwie so rumheule oder sage, so, oh, ich armer Typ, ich habe jetzt so viel Shit erlebt und das war so hart und so. Bruder, am Ende des Tages bin ich glücklich, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil es mir auch auf der anderen Seite, also es hat mir ein paar Türen zugemacht, aber es hat mir auch mega viele Türen aufgemacht, so. Als Mensch bin ich brutal daran gewachsen, an dieser ganzen Situation, weißt du, was danach auch alles passiert ist. Du bist auf jeden Fall stärker. So, und deswegen will ich nur sagen, dass ich glaube auch, dass alles irgendwie vorbestimmt ist. Ich glaube an Gott, Bruder, und ich glaube auch daran, Gott gibt dir nichts, was du nicht ertragen kannst, weißt du, so. Und ich musste da durchgehen. Ich habe ein paar Mal gesehen, dass du auf einmal irgendwelche Beefereien hattest mit gewissen Leuten und bist da voll mit reingegangen und so weiter und so fort. Echt? Ja, ja, ich habe so Videos gesehen und die haben irgendwie angefangen, immer wieder, wenn ein Video von dir gekommen ist, haben die dann gesagt, oh, nee, nicht schon wieder, nee und dies. Und du hast dich halt versucht dagegen zu wehren, indem du, sage ich, auch mit drauf eingegangen bist. Wie ist das denn heute noch? Also, herrscht da noch irgendwo Unruhe zwischen dir und den anderen, sage ich mal, YouTubern oder Leute aus der Szene oder so?